Was ist das denn Gutes? Der Smasher! Bistappert! Nein! What the fuck? Wie hab ich das überlebt? Wie hab ich das überlebt? Wie hab ich das überlebt? Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Minecraft Smash mit Richard von Gelie. Besser gesagt gegen Richard von Gelie. Ich hab noch nie Smash auf meinem Kanal gebracht, deswegen ist es die erste Folge Smash. Also es geht darum, man muss sich halt so runterfetzen. Junge, darf ich meine Begrüßung auch noch machen? Nein. Ich nehm auch schon die ganze Zeit auf. Du nimmst die immer auf und stellst es nie hoch. Ah! Der ist ja schon. Wuh! Ne, nein, nein. Ich hab die Hoffnung, um den Jetpack zu finden. Ja, nein. Jetpack gibst du fix nicht. La, la, la. Ich laufe lieber weg hier. Aha. Wo ist diese Mistgeburt? Da kriegst du eine fette Bombe. Oh, oh, oh. Das ist einfach pure Action. Vor allem, weil ich hab Speed. Also ich bin auch auf Speed und ich habe auch Speed. Tschüss. Wow. Hey, wo ist der eigentlich? Ah, wo du nicht bist. Ah! Scheiß Granate. Oh, die hat getroffen. Wieso? Hä? Was war jetzt? Ich hab damit nur eine Granate hingeworfen. Was für eine Granate? Eine Frag Granate. Ich hasse Bogen bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie soll ich ihn benutze? Ich schmeiß dann einfach weg. Ja, mit Essen kann man halt wieder Leben reggen. Also sozusagen weniger Experience. Je mehr Experience, desto schlechter. Außer die Zeit ist um. Da hat dann, wer mehr Experience hat, dann gewonnen. Aber soweit soll es ja nicht kommen. Jetzt ist die Frage, Feuer, Blume oder Schwert? Man weiß es nicht. Ich spiele übrigens mit dem Bike Hard X PVP Pack. Nur so, by the way, also heute mal nicht mit Swax. So wie in Parina derzeit. Äh, joa. Ich rede wieder viel zu viel. Ich muss mich mehr konzentrieren auf diesen Pisser dahinten. Wehe, du findest ein Jetpack. Wenn ich eins finde, dann ich. Ich hab's verdient. Weil bis jetzt hast du immer nur... Du! Wow! Aber ich hab das Gefühl... Hast du das Gefühl? Ich zähle mehr Prozente. Ein bisschen vielleicht. Was? Wieso treffe ich dich nicht? Wow! Wie hast du das gerade überlebt? Das ist eine gute Frage auf dich im Moment. Ich hab mich geboren! Oh, ey, du Mist geworden. Wow, wie weit fliege ich denn? Ja, du hast schon ein bisschen mehr Prozente als ich. Dein Ernst? Ein bisschen. Du hast noch ein Jetpack. Nein! Du bist im Arsch! Die Awesome Soup, die macht dir einfach 100 Experience weg. Das heißt, wenn du einfach 100 hast, dann bist du einfach eh schon fast down. Und dann bist du einfach wieder extrem gut drauf. Auf Speed natürlich. Wuh! Angel! Hier, Angel! Wo ist er? Da ist er! Tschüss! Jetzt bist du aber down! So schaut's aus! Ich hasse dich für die! Ah! Hauptsache sie hat immer noch die Scheiß Angel! Äh, ich weiß nicht, was die immer bringt! Die Schlager bleibt einfach nur unter! Wie cool! Äh! Aus! Aus! Geh weg! Ich angel dich! Ich angel dich! Hui! Wie lustig ist das denn? Ah, na! Das wollte ich nicht mehr nehmen, du Arschloch! Huh, jetzt muss ich weg hier! Wieso ist... Wo bist du denn jetzt? Ganz ehrlich! Wieso hat mein Double Jump nicht funktioniert? Wow! Nein! Nein! Ja! Ja! Ja, das war sein Tod! Oh ja, aber Rocket Launcher, das ist eine Diamantspielzacke, der ist einfach nur ein Pisser! Der fetzt einfach alles weg, was es gibt! Auf den Gehli! Auf den Gehli! Na ja, wird das jetzt ein Fast Battle? Komm! Ich warte nur so lange, bis da so ein Item spawnt und... Ich hau dich da gleich runter! Ich sag's dir! Waaas! Oder in die Lava! In die Lava! Ja! Mann! Mann! Das gibt eine Revanche-Punk! Das gibt auf jeden Fall eine Revanche-Punk! Die gibt's jetzt gleich im Anschluss! Einfach weil... Die zu kurz war die Folge! Finde ich halt! Minimal zu kurz! Ja! Ja! Pissar! Ja! Dann geht ja gleich wieder los in 22 Sekunden! Ja! Lava ist das! Gefährlich! Ja! Wir haben einen neuen Mitopfer! Wir haben ein neues Mitopfer! Wir haben Wulle Bambo! Ey! Wulle Bambo! Alter! Wir gehen auf den drauf! Ja! Okay! Hello everybody! Ich sag's dir! Peter! Und da trafst du noch am anderen in der Internetleitung! Mein Name ist Richard von Geni! Und das sehen wir auch nicht wieder heute! Super Smash! Super Smash! Das heißt einfach nur Smash! Das heißt nur Smash! Ja! Das lustige ist, wir haben Wulle Bambo drinne! Das ist irgendein Opfer von Knack, Freunde! Was wir uns teamen wollte und den Trächträchtigen gar nicht... Hey! Der hat ein Schwert! Wuhu! Wuhu! Ich bin übersteuert, kann das sein! Ja Wulle Bambo! Ja Zange! Ich fress ein Brot! Der Pissar hat eine Angel und ein Schwert! Aua! Du hast mich grad getroffen, du Arsch! Egal! Ich hab Essen gefunden! Was ist das denn Gutes? Der Smasher! Piss der Pat... Nein! What the fuck? Wie hab ich das überlebt? 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 Nein! Was? Was hab ich damit zu tun? Das ist wohl eher die Frage! Ich bin auch! Hä? Wie kann Wulle Bambo noch drei Dinger haben? Ich bin einfach in meinem Diss-Combo reingelaufen! Ah! Nein! Jetzt muss ich sofort weg! Wulle Bambo, gib mir, gib mir hart! Wulle Bambo! Weißt du was ich jetzt an? Na, das ist kein Chatbag, oder? Nö, nö, soweit kommt's noch! Ja! Also, was trinkt mir jetzt Cloud in the Bottle? Ich versteh's nicht! Nein! Oh! Oh! Oh Gott! So, dann mach ich ja mal Speedy Gonzales! Und niemand kommt darauf, außer ich! Ich will den Typen angeln! Ich bin der King of the... Was? Wieso? Hä? Wieso schaut man... Wieso war mein FUV zu komisch? Oh! 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 Wo soll ich jetzt? Na gut! Das wird Wulle Bambo bereuen, dass er mich da runter schießen wollte! Wo ist Wulle Bambo, ey? Wulle Bambo! Bei mir und ich will jetzt angeln! Wulle Bambo! Wulle Bambo! Wulle Bambo! Wulle Bambo! Wulle Bambo! Ich hab auch eine Angel! Hihihi! Hatt ich ihn? Es war jetzt ein schwuler Lacher! Entschuldigung! Hä? Es kann halt nicht gespawnt! Aber kein Shotball! Den brauche ich nicht! Das ist ein Huren-Song! Ding! Ding! Was ist das? Essen! Oh! Jetzt hat er ein Problem! Warum? Wie viel hat er eigentlich? Äh... Ordentlich! Okay! Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, dass es viele war! Ich gehe auf Wulle Bambo! Ich nehme meine Ahnung! Und der bohrtet sich weg! So eine Mist! Gebraucht! Hey, da oben spawnt immer Speed! Das gefällt mir da! Fetze ich immer den Vulkan runter! Alter, wir seien ja gerade wie eine Hitrange! Gute! Richtig OP! Ah, gut! Wollte ich gerade haben! Dann habe ich halt einen Instant Teleporter! Der ist cooler! Hä? Hallo! Ich will da rauf! Gibt's da oben irgendwas Gutes? Na gut, auch so einen schwulen Porter! Der ist gut! Wo seid ihr? Ich will die Angeln haben! Der ist gut! Wo seid ihr? Was? Erst drinnen! Ja! Ich hab ihn! Wieso? Meine Crafty Bombe hat gerade nicht funktioniert. Wow! Jetzt auf einmal! Hinter mir einfach! Ich sag dir, es war ein Attentat von Al-Qaida. Nicht, dass ich etwas gegen Al-Qaida hätte, aber ich habe ein Spezialgebiet darüber geschrieben und davon traue ich mich heute noch. Ein was hast du geschrieben? Nix, nix. Oh! Nein! Wie hast du das jetzt geschafft? Was kannst du nicht nehmen? Die Hunde. Ja, eh nicht. Oh, der hat noch ein Herz. Auf jeden Fall fette ich ihm jetzt so ein fettes Monster rein. Wo bist du? Da bist du. Ich habe jetzt minus ein Leben. Uiuiuiuiui. Warte. Du Arschloch. Na 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 na. Oh, du Mist geworden. So ein Arschloch. Jetzt habe ich auch ein Schwert. Oh, bist du verloren. GG, Leute. Okay, das waren jetzt zwei Runden Smash. Ich habe eine Idee. Ich werde in Zukunft super Smash-Mobs mal bringen. Ich finde den Spielmus viel geiler als den, aber irgendwie zur Abwechslung mal ein bisschen. Die neue Frise hält natürlich. 1a. Gut, bleibt gesund und munter bis zur nächsten Folge. Parina oder Smash-Mobs oder Wulle-Bambo. Liebe Grüße an dich. Wulle-Bambo, wenn du das siehst. Ich glaube nicht. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.